Wir haben den Bogen oben gelassen. Ja. Egal. Ja, ist denn mein rotes Ding hier einzig? Die Leute verärgert. Und dann werde ich die Blaue verändern. Ich bin noch eher an zwei Bergen. Ja. Eigentlich müsste er sich drüber halten. Oh, da ist der Ballo, aber der ist schon. Der ist unten. Den hat keiner draufgetan. Ja. Das habe ich jetzt nicht drauf. Da bin ich nicht drauf. Nee, ehrlich nicht? Nee, ich glaube nicht, weil ich einfach nur nach dem Auto geguckt habe, weil ich gedacht habe, der liegt jetzt daneben, habe ich nur gedacht. Und?